In diesem Video möchte ich auch mal eine TNT-Tanon sein, die vollautomatisch funktioniert und einen bis zu 3000 Blöcke hochkatapultiert. Und erstmal werde ich die einmal vorführen. Letzten so, dass man mit der TNT-Explosion nach oben kommt, weil dann wird man ziemlich weit nach oben geschleudert. Also jetzt werde ich hier über 3000 Blöcke nach oben geschleudert. Man sieht hier auch ganz viel Block platziert. Da sage ich gleich was dazu. Erstmal bin ich 3000 Blöcke hinaufgeschleudert worden. Eigentlich habe ich auch schon mal einen Versuch gemacht, da bin ich nur 1600 hochgekommen, also halb zu hoch. Hängt davon ab. Also wie man da gerade steht. Also wenn das TNT-Explosiert man, geht gerade nach oben, dann schafft man die 3000. Wenn man da gerade nach unten ist, dann schafft man nicht so viel. Jetzt erstmal hier runterrasen. 800, 700, 600, 500, 200, 300, 200, 100. Und kommen hin in der Tundra hier. In den gefrorenen Plains, hier Iceplains. Und da vorne ist ein paar Blöcke weit geflogen. Aber da vorne steht das Konstrukt. Und man sieht, der TNT ist schon wieder hin platziert worden. Dann kann ich noch einmal mal zeigen, wie das dann alles funktioniert. Also wie... Ich kann jetzt hier einfach als Geheimgang unten durchgehen. Ich baue das jetzt wieder zu. So und so zu bauen. So ist erstmal das TNT platziert. Und... Da wurden Redstone-Blöcke gesetzt, die jetzt entzünden. Zack, jetzt wurde ich ordentlich nach oben geschleudert. Jetzt sprang ich natürlich so. Jetzt wurde ich natürlich noch höher geschleudert. Und es hat 3600 Blöcke hoch. Also man kann über 3000 Blöcke auf jeden Fall schaffen. Dann werde ich... Vielleicht dann mal sagen, wie... Wie das funktioniert. Lass erstmal wieder... Diese Blöcke runterrauschen. Die Y-Achse runterrauschen. Auch wieder ein bisschen auf den Boden kommen. X und Z ändern sich nicht mehr. Also ich fliege nur noch senkrecht nach unten. Und dann sieht man, Chunk kratziert das auch nach unten durch. Und jetzt komme ich gleich am Boden an. Ja, schonmal... Diesmal lande ich aber nicht in der Ice Plane. In diesem Fall bin ich in die andere Seite geflogen. Ich bin jetzt hier gelandet. Und das funktioniert jetzt mit dem TNT. Also erstmal hier... Diese 15 Kommando-Blöcke wird hier mal einen Screenshot machen. Ohne diesen... Drei Dings. Ja, nochmal. Vielleicht fail. Hier ist ein Screenshot gemacht. Ja, dann werde ich erstmal diese hier... Das sind die 15... Die setzen hier... Auf diesen Redboxen... Die Redstone-Blöcke sind alle gleichzeitig gesetzt mit. Also hier ist nämlich überall keine Verzögerung drin. Bei diesen 15 Kommando-Blöcken. Also wird... Alle sind direkt gezündet. Dann werde ich hier jetzt den zweiten Screenshot machen. Das sind diese Kommando-Blöcke, die sind zuständig, um... Um diese Redstone-Blöcke wieder zu decken... Äh... Zu Luft... Zu entfernen. Und dann mache ich jetzt hier zwei weitere Screenshots. Und zwar... Hier der erste. Und da der zweite. Und dieser Screenshot... Die... Die setzen diese ganzen TNT-Blöcke. Also... Hier sieht man zum Beispiel... Also die Befehle hier... Bei den Redstone-Blöcken... Z-Block-X-Y-Z-Redstone-Block... Da ist das natürlich auch. Und diese Blöcke... Der ist auch damit verbunden. Die setzen dann wieder Luft... Da, wo die Redstone-Blöcke waren. Und hier sind 10 Repeater... Verzögerung. Also... Die sind über 4 Sekunden verzögert. Damit erst dieses TNT explodiert. Und... Wenn... Wenn man da hochgeschleudert wurde... Wird das nächste TNT hingesetzt. Also da könnte... Bei mehr Spielern woanders... Kann man dann... Direkt hintereinander schicken. Und zwar innerhalb von 10 Sekunden. Da steht hier zum Beispiel... Die TNT-Sätze sind ja... Z-Block... TNT... Denn wenn da TNT-Blöcke hingesetzt... Wo die jetzt sind... Sieht man jetzt welchen... Also so diese 8 Ringe... In 15 Schichten... Also... 15 Schichten sind da... 15 x 18... 100... Oh... Jetzt schon wieder so... Geschleudert... Aber das sind über... 120 Blöcke sind das insgesamt. Hier sieht man... Man schafft die 3000 nicht immer. Da hoffe ich mal... Dass das Video euch gefallen hat... Dann gebt einen Daumen nach oben... Teilt das Video... Und abonniert mich bitte... Und bitte... Keine Daumen nach unten... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.